Unter den Wäldern Mitteleuropas befindet sich in Slowenien eine der faszinierendsten unterirdischen Landschaften des Kontinents. Ein Paradies für Speleologen, diejenigen, die Höhlen erforschen. Die Schluchten, Seen und Flüsse werden von Lebewesen bewohnt, die nie das Tageslicht gesehen haben. 1831 entdeckte Luca Cess zum ersten Mal das erste Höhlentier der Welt. Er wird Lepturius hohenvarti, später als Proteus anguinus bezeichnet. Der Grottenolm kann bis zu 100 Jahre alt werden, erreicht eine Länge von 25 bis 35 Zentimeter und kann zwölf Jahre lang ohne Nahrung auskommen. Es gibt viel über ihn zu sagen. Die mehr als tausend Höhlen sind über ganz Slowenien verteilt. Die größten und schönsten lassen sich in der westlichen Region Karst mit seinen großen Kalksteinvorkommen finden.